Costa Rica hat internationale Anerkennung für seine offene Gastfreundschaft erhalten. In einer aktuellen Umfrage von Internations, dem weltweit größten Netzwerk für Experts, bewerten Auswanderer das tropische Paradies in Mittelamerika als das freundlichste Land der Welt. Die Ergebnisse der Umfrage spiegeln die herzliche und einladende Kultur Costa Ricas wider, die es zum bevorzugten neuen Wohn- und Arbeitsort für Menschen aus aller Welt macht. Mit seiner abwechslungsreichen Natur, reichen Biodiversität und dem positiven purer Wiederlebensgefühl bietet Costa Rica nicht nur eine attraktive Umgebung, sondern auch eine aufgeschlossene Gemeinschaft, die Experts mit offenen Armen empfängt. Neben der herzlichen Gastfreundschaft beeindruckt Costa Rica mit vielfältigen Landschaften, die es für Bewohner, Experts und Besucher zu entdecken gibt. Gerade in der Zeit zwischen April und November, auch als grüne Saison betitelt, blüht die Flora und Fauna Costa Ricas regelrecht auf und imponiert mit spektakulären Naturerlebnissen. Gleichzeitig sorgen zwischenzeitliche Schauer für Abkühlung und an beliebten Spots sind weniger Urlauber unterwegs. Costa Rica, die reiche Küste, liegt in Zentralamerika, grenzt im Norden an Nicaragua, im Süden an Panama und wird an der Ostküste durch das Karibische Meer sowie an der Westküste durch den Pazifischen Ozean umspült. Die faszinierende Welt Costa Ricas bietet auch für Touristen daher ein optimales Urlaubsziel mit zahlreichen Facetten. Morgens Frühstück am Karibikstrand und nachmittags schon einen guten Kaffee an der Pazifikküste genießen. Tägliche Flugverbindungen von Deutschland machen auch die Anreise attraktiv. Also Pura Vida in Costa Rica. So Pura Vida für uns ist wie alles, right? Wenn Sie die Menschen glücklichsten in Costa Rica sehen, bitte kommen zu Costa Rica. Wir sind Pura Vida. Wir sind Pura Vida.